So Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Pancake Swap, also Cake, mal etwas genauer an. Wurde sich sehr, sehr oft gewünscht und muss ich ehrlicherweise sagen, ist nicht bei mir im Portfolio. Ist aber bei euch sehr, sehr gut angekommen und hier mal vielleicht einen kleinen Zwischenstand zu posten, beziehungsweise euch zu zeigen, ist mir dann auch sehr, sehr wichtig, weil wir da vor allem im Bärenmarkt sehr, sehr viel Videos darüber gemacht haben. Deswegen heute Cake am Anfang. Was mir aber noch ganz, ganz zu Beginn wichtig ist. Alle Altcoin Videos, die wir hier machen, sollen euch 0,0 dazu jetzt bringen, irgendwie FOMO zu kriegen. Es gibt schon wieder andere Kanäle, wo ich mir schon wieder so denke, ja, wir haben euch die ganze Zeit gesagt, da wo jetzt alles gestiegen ist, ja, kauft ein, kauft ein und jetzt haben wir einen perfekten Entry und die Altcoin Season kommt. Diese Videos hier sollen euch nicht wirklich verunsichern. Es sollen euch Möglichkeiten geben, nachzukaufen, wenn ihr Bock darauf habt. Ihr sollt nicht oder müsst nicht unbedingt nachkaufen. Das ist alles eure Entscheidung. Viele haben deutlich bessere Einstiege bekommen damals, wo wir die Videos gemacht haben. Viele aber jetzt eben nicht. Und dafür sind halt auch diese Videos gedacht, damit ihr jetzt möglicherweise nochmal einen Einstieg kriegt. Aber bitte keine FOMO. Lasst euch nicht von anderen jetzt wieder nur, weil jetzt schon wieder Altcoin Season. Wir hatten gerade mal einen 20, 30% Dump und es wird schon wieder von Altcoin Season gesprochen. Hört mir auf mit dem Mist. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Die Analyse soll euch nur dabei helfen, mögliche Einstiegspunkte zu finden für mögliche Spotpositionen. Aber bitte geht hier nicht all in rein. Es kann immer nochmal einen Satz tiefer gehen. Deswegen besprechen wir auch immer diese Kurse. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle. Und ja. Ansonsten, bevor wir starten, gerne schon mal ein Like da lassen, Abo da lassen. Auf jeden Fall gerne einen Kommentar mit euren weiteren Altcoin Wünschen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So. Starten wir mit Cake. Momentan traden wir bei ungefähr 1,75 Dollar circa. Wir hatten einen ordentlichen Dump auf 1,50 Dollar. Und dieser Dump in diese Richtung hat eigentlich perfekt gesessen. Denn wir sind hier in unsere Daily Demand Zone, in unsere Daily Support Zone reingekommen. Wenn wir uns mal ganz kurz angucken, wo wir von damals da aufgestiegen sind. Also klar, wir hatten unseren Beginn vom Pump bei 1,25 Dollar. Dann kurzer Zwischenstopp mit eben dieser Daily Demand Zone und sind dann in der Spitze hier oben auf 5,25 Dollar hochgestiegen. Genau hier oben eben in dieser Widerstandszone. Das heißt, Cake hat eigentlich im Endeffekt alles abgeliefert, was es hätte abliefern sollen. Vom Chart technischen muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen. Jetzt hatten wir eben hier diese Korrektur, wo man auch dazu sagen kann, okay, möglicherweise hier eben, huch, ne das wollte ich nicht. So, jetzt ein bisschen besser. Möglicherweise hier dieses Head & Shoulders Chart Pattern, wo es im Endeffekt genau hier nach unten hin ausgespielt hat. Das heißt, wir haben unsere Grundkorrektur oder unsere Grunddump erst einmal vollständig abgearbeitet. Was mich hier aber stört und das ist eben dieser Störfaktor, der mich im Moment haben bei sehr, sehr vielen Altcoins noch stört, auch wenn wir heute Nacht wieder eine leichte Korrektur hatten, ist, dass wir hier überall diese langen Dochte haben, die hier teilweise 10, 15 Prozent sind und ihr kennt es von den XRP-Videos oder von anderen Altcoins. Diese werden früher oder später einfach wieder aufgefüllt. Warum? Weil jeder hier rein FOMO-T, weil jeder wieder auf YouTube sagt, kaufen, 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 kaufen oder generell wieder Long-Positionen macht. Und genau das ist der falsche Ansatz. Man sollte sich fixe Kaufzonen suchen, so wie hier. Perfekt in die Daily Demand-Zone zwischen 1,55 Dollar und 1,45 Dollar. Das sind Spot-Käufe, viele Long hier aber blind rein, weil sie denken, okay, wir gehen gleich wieder to the moon. Und dann kommt eben dieser nächste Tipp, der Spot-technisch uns dann nicht mehr viel ausmachen würde grundsätzlich, aber die ganzen Long-Positionen, die hier unten eben liegen, die würde es deutlich mehr ausmachen. Der zweite Spot-Kaufpunkt würde dann erst hier unten bei 1,26 bis ungefähr 1,03 Euro liegen. Da wären wir aber dann hier wirklich schon bei Bärenmarkt-Niveaus damals, wo wir eben die ersten Videos gemacht haben hier in diesem Preisbereich. Also wäre jetzt nicht unbedingt von Vorteil hier unten nochmal reinzugehen. FIP-Level brauchen wir uns gar nicht so ziehen. Wir sind durchs Golden Pocket gefallen, wir sind durchs 0786er gefallen. Also FIP-Level auf den großen Timeframes können wir uns einfach komplett sparen. Macht einfach keinen Sinn. Gehen wir mal ganz kurz in die kleineren Timeframes. Auch da sehen wir nochmal diese V-Shape-Recovery, genauso wie wir sie bei Bitcoin, bei Ethereum, bei vielen anderen Altcoins auch jetzt am Wochenende hatten. Wochenend-Moves, muss man dazu sagen, nicht wirklich nachhaltig. Und Trade-Technisch würde ich auch sagen, diesen Preisbereich hier oben, wenn das jemand traden will, dann maximal hier oben bei 2 Dollar, weil wir hier nochmal eine kleine Ineffizienz eben davor haben. Also wir wären schon durchs Golden Pocket durch, dann kommt die Ineffizienz, dann das 0786er und hier oben hätten wir dann deutlich mehr Widerstand, weil wir hier vorher noch ein bisschen Support drin hatten. Also wer das shorten will, dann maximal so bei 2 Dollar. Golden Pocket wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant derzeit. Aber ich glaube auch derzeit nicht so, wie Bitcoin eben gerade wieder auf der Brust ist, vor allem am Montag eben, dass wir hier noch im Laufe des Tages da hochkommen. Ansonsten eben hier nochmal runter diese Wicks holen, ihr seht auch wie viel krass viel Volumen hier unten drin ist. Also in dieser Candle, da ist so viel Kaufvolumen reingekommen, beziehungsweise so viele Positionen eröffnet worden, dass ich mir gut und gerne vorstellen kann, dass wir hier nochmal Richtung 1,45 Dollar gehen. Und dann muss aber dieser Support halten, dieser Daily Support, damit wir hier wirklich eine nachhaltige Erholung mit höherem Hoch dann auch bekommen. Weil sonst, wie gesagt, auf Daily Sicht haben wir hier die nächste große Ineffizienz und die hat es halt nochmal in sich. Die würde dann noch einmal einen Dump bedeuten von knapp 14 oder 13, 14 Prozent bis wir hier in die nächste Daily Demand Zone, also in den nächsten Daily Support hier mit diesen Überschneidungen unten reingehen. Das heißt, jetzt momentan wieder keine Kaufzone. Die Kaufzone hatten wir, wer die alten Videos gesehen hat, weiß, okay, hier dieser Bereich 1,55, 1,45, das war die Kaufzone. Sollten wir da nochmal hinkommen, wäre es aber wieder erneut eine Spot-Kaufzone. Aber nicht für die, die schon gekauft haben, sondern für die, die einfach noch nicht im Markt drinnen sind. Ansonsten Preisprognose für einen Bullrun. Ganz ehrlich, halte ich mich bei Cake ein bisschen fern, weil ich euch ehrlich gesagt nicht zu viel Hoffnung machen will. Wenn man jetzt aber nur mal davon ausgeht, dass wir hier schon mal im Bullrun bei 5 Dollar waren, reden wir auch hier von, wenn wir jetzt hier unten diesen Einstieg kriegen, von 223 Prozent. Es wäre ein Anfang von exorbitanten Bullrun-Zielen, dass wir hier nochmal unser All-Time-High hier oben bei 44 Dollar erreichen, nehme ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen Abstand. Natürlich kann man es sich einfach machen, so wie ich es öfters mal mache. Ja, Fib-Level ziehen und dann sagen, jo, Preis-Zielen 29 oder perfekt im Bullrun 71 US-Dollar, wie für die perfekte Überschrift. Mache ich aber nicht. Seid zufrieden, wenn wir erstmal nochmal in diesen Preisbereich gehen bei 5 Dollar. Wenn wir über die 5 Dollar gehen, dann kann man Step-by-Step weiter nachgucken, aber momentan jetzt hier von utopischen Preiszielen zu sprechen, macht meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Sinn. Ansonsten gerne, wie gesagt, ein Like da lassen, eure Altcoin-Wünsche weiterhin unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, das war es von meiner Stelle mit Cake für euch und wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer.